Batman Arkham Origins 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 Ähm, das war gegenüberliegend und ich glaube da kam ich eigentlich her. Scheiße, muss ich laden. Äh, gucken wir mal. Das sieht schon mal einigermaßen gut aus. Nein, stopp, 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 stopp. Aha. Sehr gut, dass ich nach 18 Parts immer noch nicht steuern kann. Okay, ich weiß, wie lange es ist. Ja, du darfst dich auch gerne da runter begeben, Bats. So. Komm schon, und komm schon, und. Machen wir es halt auf die klassische Weise, ist mir auch egal. So. Krankenstadt, fuck, hier war ich schon. Ich muss, aber nicht da hinten, ich muss, genau, in die andere Richtung, fuck. Äh, wie bin ich denn da hingekommen? Bin ich dumm? Also rechts rum. Quasi. Nur, dass es da nicht lang geht. Weil da was im Weg ist. So, komm ich hier durch. Nein, komm ich nicht. Hm. Da muss ich ja irgendwie oben rum. Okay, das war natürlich wieder leichter als gedacht. Ja, war natürlich beabsichtigt, äh, ich wollte nur, äh, ich brauchte ein bisschen Inhalt für die Folge. Und so. Ähm. Ich muss da hin, oder? Ah ja, daran kann ich mich erinnern. Holy fuck, Ultralag. Aha, perfekt. Ah, okay, wir haben uns gedrückt halten. Habe ich, habe ich es jetzt? Ja. Müsste ich. Hm, wo ist er? Da. Und ja, wir haben es gehackt. Nur autorisiert, ja. Ich habe mich gerade gefragt, was das für ein Wort ist. Nur autorisiert. Ganz ruhig. Ich brauche Zugang zur nationalen Verbrecherkartei. Die ist hier. Du verbringst wohl viel Zeit hier. Coole Pornbox. Du überbrückst die Netzwerksicherheit. Hm. Aber du musst das Internet auf die externe Telefonverbindung überleiten, wenn du Daten übertragen willst. Die Art von Wissen könnte ein Mädchen in echte Schwierigkeiten bringen. Sie sind unter dem Gebäude. Was meinst du? Die Telefonkabel. Über die Kanalisation hast du Zugang. Warte. Warum tust du, was du tust? Weil ich es versprochen habe. Jetzt habe ich natürlich hier nicht aufgepasst. Ich habe hier nur gerade eben richtig viele Gegner gesehen. Sieht ein bisschen aus wie Giftgar- Oh, fuck. Ich muss ja hier weg. Schnell, 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 schnell. Ja, ja. Alle ballern auf mich. Komm, schnell. Hau ab. Alfred, ich bin auf dem Weg raus. Aber bevor ich eine Fernverbindung zum Server herstellen kann, muss ich die Kabel unter dem GCPD anzapfen. Sie sollten über die Kanalisation unter dem Gebäude Zugriff drauf haben. Ich markiere den nächsten Zugang. Okay, zwei Bewaffnete. Die sollte ich eigentlich down kriegen. Okay, da sehe ich doch was Gutes. Äh, Ferndenkrille. Immer hier. So, und raus hier. Komm schon, zack. Ach, ich musste nur die beiden erleben, ne Leute. Die kommen jetzt fest. Okay, gut. Der geht nicht. Ist klar. Ah, das war total super. Egal, jetzt erstmal. Komm, ich mach mich erstmal um die hier. Ah, bleib mal ruhig. Sack. So. So, du kriegst aufs Maul, du kriegst aufs Maul. Oh, du kriegst natürlich auch aufs Maul. Nein, verdammt, verdammt. So. Bleib unten. Feige Sau. Okay, der ist schon. So. Das ist Gehör. 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 Oh, das war ein schöner Kick. Aber das war's dann noch erstmal für diese Folge. Wenn's euch gefallen hat, hat's euch gefallen. Haut raus. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020